Ja! Schön für Bosi. Hallo! Hallo! Darf ich mich auf die Ruhe treffen? Achso. Ja, zu kurz. Gut schreit durch! Ja! 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 Jawoll! Ja! 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 Achte Spielminute! Die Gäste gehen mit. 0 zu 1 in Führung, Torschütze Mitte Nr. 22, Kenny Blume. 2. 30. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 5. 3. 4. 5. 4. 6. 7. 7. 8. 10. 10. 11. 11. 10. 12. 12. 23. Spielminute. Vielen Dank für die Blume! Vielen Dank für den Verlieren! Ja! Eeeh! Witz! Ja! 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 Nein, aber ich meine doch noch! Es ist jetzt noch mal ein Spielpunkt! Ich glaube, ich glaube, hier noch mal ein Spielpunkt! 2-0! Eeeh! Eeeh! Goal! Das war's! Das war elegant! Die Kette hat schon mal von der Wurz waren! Und den auch schön! Ja! 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 Achtung, Sturm! Achtung, Sturm! Achtung, Sturm! Achtung, Sturm! Europa-Kanal, Europa-Kanal, das Bier ist schal! Ja, 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 ja! Geh einfach hinterher! Du schaffst das! Komm rein! Geh einfach so ein klares Handspiel, also bei aller Liebe! Ich bin nicht zu früh! Aber jetzt nach dem Abstoß! Ja! Ja! Dreimal hat es gepfiffelt, dann war es der Schlusswürf! Nein! Lügenpresse! Wir machen jetzt ein bisschen Frieden. Wir fahren ein bisschen runter. Machen ein bisschen Musik. Ein bisschen Sonde auf dieser Erde! Jungs! Totem und Realik vom Michael SV! So kann man das Spiel gewinnen! Keine Ecke in der ersten Halbzeit! Fünf in der 2. Nun liegt... das muss man sagen. Man hat sich verkauft! El! 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 El austern. Nächstes Handspiel, 21.4. Anstoß. Vielen Dank.